So, grüß Sie miteinander. Was Sie hier sehen, ist ein Vortrag, den ich heute, heute ist der Montag, 5. Februar 2024, den ich heute Morgen an der Alice Schule in Gießen gehalten habe. Ich bin dort eingeladen worden, vor einer Gruppe von Lehrerinnen, einen Vortrag über Chancen und Möglichkeiten künstlicher Intelligenz zu halten. So, in der Vorbereitung des Themas ist das ein bisschen anders rausgekommen. Man sieht, der Titel heißt hier Generative KI, Vollzüge in Sprache, Gedanken zur Bildung. Ich habe also versucht, einen anderen Schwerpunkt zu setzen, der einfach daherkommt, dass Chancen und Möglichkeiten, wenn man sich zum Beispiel auf YouTube umschaut, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die einem erzählen, was man so alles mit künstlicher Intelligenz machen kann und mit ChatGPT vor allem, und es gibt haufenweise Tipps und Tricks. Die Publikationen laufen voll, das ist ein Thema, das reißt gerade alle mit und es wird publiziert und viele Gedanken werden veröffentlicht. Das heißt, an diesen Chancen und Möglichkeiten mangelt es nicht. Was ich hier versuche mit dem Vortrag, ist ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem Ganzen, eine gewisse Zurück aus diesem ganzen Hype sich ein wenig zu entfernen und mal drauf zu schauen, was ist das hier eigentlich mit der generativen KI und was hat das hier mit Vollzügen in Sprache und Gedanken zur Bildung zu tun, was dann helfen soll zu ermächtigen, vielleicht mit einer anderen Haltung daran zu gehen und daran dann eben auch Chancen und Möglichkeiten zu ermessen und zu bemessen. Fangen wir mal an mit diesem Vortrag Generative KI. Ich habe mich also darauf zurückgezogen, mehr dieses Thema ChatGPT in den Vordergrund zu stellen, weil das ein Thema ist, was überall pressiert in den Schulen, genauso wie an den Hochschulen, dass Hausarbeiten oder Hausaufgaben in der Schule mit ChatGPT gemacht werden, was das so kann und was das bedeutet. Vollzüge in Sprache ist eine merkwürdige Art, etwas auszudrücken. Es geht ja nicht um volle Züge, sondern Vollzug in Sprache wird sich noch erklären, wenn wir später zu einem Bild kommen und Gedanken zur Bildung. Das sind also jetzt vorrangig hier im Kontext der Alice Schule in Gießen halt schulische Gedanken, mit denen ich dann noch abschließen möchte. Wie gesagt, den Vortrag habe ich heute Vormittag gehalten und ich dachte, es ist eine schöne Möglichkeit, das jetzt, wo ich so gerade noch im Schwung bin, noch aufzugreifen, ein Video dazu zu machen, weil ich habe den Eindruck, dass das vielleicht noch andere Lehrerinnen und Lehrer interessieren könnte. Jedenfalls habe ich schöne Rückmeldungen gekriegt. Aber schauen wir mal. Also wenn Sie mögen, verbreiten Sie dieses Video. So, wo sind wir hier? Gut, kurze Übersicht. Nach einer Vorstellung von mir, da will ich aber gar nicht so viel darüber reden, wie ChatGPT arbeitet, ist der eine Teil. Der nächste mal ein paar wenige, so ein Anwendungsbeispiel zu ChatGPT. Dann ein paar bildungswissenschaftliche Betrachtungen. Da möchte ich Ihnen ein Bild vorstellen, von dem ich aus versuche, eine Argumentationslinie zu entwickeln. Dann ein paar schulische Sachen und wer mag dann noch die Quellen. Dieser Vortrag, ich setze in YouTube unten in den Begleittext Informationen, wo man den Vortrag sich auch so anschauen kann. Und wenn man möchte, auch den Quellcode, mit dem ich den generiert habe. Der funktioniert nämlich wie so eine Webseite. Kommen wir also kurz hier zur Vorstellung. Das ist nur der Punkt hier in der Mitte. Ich bin also Professor für Informatik an der Technischen Hochschule in Mittelhessen. Und eben nicht nur die Informatik ist das, was mich begeistert, sondern ich habe auch noch promoviert in den Bildungswissenschaften. Und daher ist schon über viele Jahre, was dann halt nur kumuliert ist in so einer Promotion, viele Jahre schon eine Auseinandersetzung, wo ich die Informatik lange nicht mehr für mich alleine sehe, sondern auch immer bildungswissenschaftliche Aspekte darin suche. Darum auch bei so einem Thema wie künstliche Intelligenz, das interessiert mich jetzt nicht nur aus der informatischen Sicht, sondern es ist auch ein Versuch einer Auseinandersetzung, was heißt denn das in unserem Bildungswesen. Da versuche ich dann mit einer bildungswissenschaftlichen Perspektive ranzugehen. Das ist also eine Kombination von Informatik und Bildungswissenschaften, die für mich einen ganz besonderen Reiz an diesem Thema ausmacht. Der nächste Punkt, der etwas größere Teil jetzt wie ChatGPT arbeitet, ist mal ein etwas technischer, aber ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern was ich damit vermitteln möchte, ist eine gewisse Verständnis dafür, wie so eine generative künstliche Intelligenz wie ChatGPT arbeitet, damit sie eine Idee bekommen, wie ich zu bestimmten, später auch zu diesem Bild komme, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Das erklärt es, also ein gewisser Erzählstrang, der sich da entwickelt. GPT, also auf Deutsch heißt Generative, also eine generative, vortrainierter Transformer, Umwandler. Da werden wir gleich sehen, was das ist. Zumindest werde ich Ihnen beschreiben, was ein Transformer ist. Wir gucken nur begrenzt in die Details rein, wie das dann intern funktioniert. Wenn Sie ChatGPT ausprobieren möchten, da gibt es einen freien Zugang, wo man sich aber immer vorhin mit einer E-Mail registrieren muss, dann haben Sie aktuell, also im Februar 2024, noch ChatGPT 3.5. Wenn Sie die Bezahlversion nehmen, ist es ChatGPT 4. Sie können aber auch mit anderen Chatbots, mit denen Sie sich unterhalten können, arbeiten. Zum Beispiel Google bietet BART an und es gibt noch von einer Firma, die Perplexity heißt, die gleichnamige KI. Sie können selbstverständlich auch noch andere Angebote ausprobieren. Ich möchte Sie eigentlich nur ermutigen, nach allem, was ich hier auch noch so erzähle, probieren Sie es einfach mal aus, versuchen Sie Kontakt damit aufzunehmen. Was wir hier nicht klären können, sind die ganzen, auch in der Schule oder Hochschule, datenschutzrechtlichen Einschränkungen, die uns das Leben nicht gerade erleichtern, mit diesen Technologien umzugehen, sie auszuprobieren, mit ihnen zu experimentieren. Aber das ist ein anderes Thema. Also, wie funktioniert ChatGPT? Erstmal eine kurze Besinnung darauf, was überhaupt ein neuronales Netz ist. Unser Gehirn, das lernt jeder irgendwann mal in der Schule, unser Gehirn besteht ja auch aus Nervenzellen, also den Neuronen, und die sind miteinander verdrahtet. Das sind biochemisch-elektrische Vorgänge, sind das, die dahinter stecken. Da wächst es, also Nervenzellen wachsen zueinander. Die verschiedenen Nervenzellen haben verschiedene Arten von, wie sie auf Erregung reagieren, von ihren Zuflüssen und dass sie dann feuern. Also einen Abfluss haben, wann sie wie Schwellenwerte haben, wie sie ihre Eingänge verrechnen. Das hat man total vereinfacht, diese Grundidee, und auf ein Modell runtergebrochen, neuronaler Verarbeitung, was, wenn man es ernst nimmt, gar nicht mehr so viel mit unseren Gehirnvorgängen zu tun hat, aber als Abstraktion offenbar doch so leistungsfähig ist und so gut ist, dass man da Sachen mit herstellen kann, erreichen kann, Leistung erzeugen kann, mithilfe von Computern, die etwas tun, was uns Menschen sehr ähnlich ist. Also mit Unschärfen auf einmal klarkommen, mit so Ahnungsdingern, mit wahrscheinlich Vermutung oder ungefähr. Das ist, oder auch kreative Leistung, das ist etwas, was wir bisher Rechnern so nicht zugetraut haben, was mit neuronalen Netzen aber relativ problemlos geht. Wie ist so ein neuronales Netz aufgebaut? Die kleinen Kreise oder Kügelchen hier stehen jedes Mal für ein Neuron. Sie sehen, es gibt hier eine Unterscheidung. Es gibt eine Eingabeschicht ganz links und eine Ausgabeschicht ganz rechts. Hier nur veranschaulicht durch jeweils auf der rechten Seite durch ein Neuron. Und dann auf der linken Seite sind es dann mehrere Eingänge, wo wir was rausgeben. Und was Sie auch sehen, jedes Neuron in den Zwischenschichten vor allen Dingen, ist mit jedem anderen Neuron in der nächsten Zwischenschicht verbunden. Also nehmen wir mal hier links oben. Das ist nicht nur mit dem da oben rechts verbunden in der nächsten Schicht, sondern auch dem da drunter, da drunter und da drunter und da drunter. Da sehen Sie schon eine unglaublich hohe Verdichtung. Verdichtung ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Eine ganz hohe Verdrahtung der Möglichkeiten des Vernetztseins. Hier ist prinzipiell erstmal alles miteinander vernetzt. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die man tut. Man macht hier einen Input rein, stellen sich zum Beispiel vor, ein Raster, ein Pixelraster von 8x8 Punkten. Und da hat man vor mit einem Stift zum Beispiel die Zahl 8 reingeschrieben. Und jetzt sind beim 8x8 Muster, sieht das sehr grob gepixelt aus. Und dann können wir das durch das Netz laufen lassen. Und dann bekommen wir am Schluss, dafür würde hier der eine Ausgabe nicht reichen, dann würden wir am Schluss rauskriegen, das ist eine 0, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also welche Ziffer ist das, was wir da geschrieben haben? Dann geben wir also diese 8x8, diese Pixel, 64 rein auf der linken Seite. Dann haben wir jetzt Zwischenschichten, die sind durchaus größer als das, was wir hier im Beispiel sehen. Das läuft da durch und dann gibt es am Schluss eine Entscheidung und dann sagt er, irgendeine bestimmte Zahl soll das gewesen sein. Eine besondere Ziffer soll das gewesen sein. In dem Augenblick bei solchen neuronalen Modellen, wo ein Mensch noch entscheidet, war das richtig oder falsch? Es gibt auch noch andere Formen, wie das lernt, aber das ist am leichtesten verständlich. Wenn wir dann auf der rechten Seite sind und es gibt irgendein Ergebnis, am Anfang wird da irgendein Unsinn rauskommen, dann sagen wir ja, das ist richtig oder falsch. Wenn wir, abhängig von unserer Aussage, die wir hier treffen, wird von rechts nach links, wenn man so möchte, in dem neuronalen Netz zurückgerechnet, welche dieser Verdrahtungen denn jetzt offenbar für diese Entscheidung relevant waren und welche waren es nicht relevant. Das ist jetzt eine sehr generelle Beschreibung des Ganzen. Wenn ich das ganz häufig, immer wieder mache, ich gebe also ein Muster und sage, das ist folgende Ziffer bzw. das neuronale Netz rät und ich sage dann richtig oder falsch, dann wird wieder zurückgerechnet, welche der möglichen Verdrahtungen sind hier wohl mehr relevant als andere. Dann wird es irgendwann sein, dass das neuronale Netz so gut geworden ist, immer wenn da vorne was reinkommt, wird es die richtige Ziffer mir angeben. Das heißt, wenn man das bildlich darstellen wollte, sind manche dieser Verbindungen, wie hier die, sind dann zum Beispiel ganz schwach, sie sind nicht völlig entfernt, aber sie spielen eine sehr geringe Rolle, während andere dieser Verbindungen sind sehr stark geworden. Man kann sich vorstellen, dass man das durch Zahlen darstellt, also dass man zu diesen Neuronen hier wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Zahlen angibt, die einfach angeben, diese Verbindung ist stark, sagen wir mal so 0,1, diese ist besonders stark, die hat eine 0,9, die andere ist sogar leicht hemmend, die hat eine minus 0,2, also Sie sehen schon, wenn ich sowas von minus 1 bis plus 1 mache und so weiter. Nach dem Training, also wenn wir das ganz oft gemacht haben, dann können wir das bleiben lassen, dem neuronalen Netz zu sagen, du warst richtig oder falsch, dann sagen wir einfach, dieses trainierte Netz ist jetzt in der Lage, auf einen Input hin durchzurechnen, anhand der sich ausgeprägten Pfade eine Entscheidung zu treffen und mir dann ein Ergebnis anzugeben, von dem wir dann sagen, das wird, da können wir uns auch noch, das ist auch das Besondere, diese Zahl, die da rauskommt, ist gleichzeitig so eine Art Wahrscheinlichkeit oder Zuversicht, die das neuronale Netz ausdrückt. Wenn es also so ist, dass ich hier vorne im Eingang was gekriegelt habe und es rechnet das durch, dann könnte es sein, dass es zu 70% sagt, na, das war ein Strich, das könnte eine 1 gewesen sein, aber da war so eine Unsauberheit dabei, mit 40% ist es vielleicht auch eine 7%. Und dann merken Sie schon, über solche Zahlen kann man dann auch merken, wenn das neuronale Netz unsicher wird zum Beispiel. Aber das nur als grundlegende Arbeitsweise, wie so neuronale Netze arbeiten. Von links nach rechts wird also ein Input einfach durchgerechnet und gibt eine Entscheidung. Und in der Trainingsphase gibt man über eine Verstärkung, ist es richtig oder falsch, wird zurückgerechnet, welche Verbindungen wie ausgeprägt werden müssen. Wenn das Netz also trainiert ist, sind diese Verbindungen fertig fix. Eins ist noch wichtig, dieses von links nach rechts rechnen, das geht ziemlich flott, wenn man diese Verbindungsstärken einmal ermittelt hat. Aber dieser Rückweg, dieses Rückdurchrechnen und das Trainieren, das ist extrem teuer. Weil am Anfang sind ja noch alle möglichen Kombinationen von Wegen, Faden durch dieses neuronale Netz denkbar und möglich. Und das muss über viel, viele Daten überhaupt erst aussortiert werden. Sie werden das nachher noch an ein paar Zahlen sehen. Kommen wir jetzt dazu, wie ChatGPT arbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das schon mal irgendwann ausprobiert haben, dass man ein sogenannter Prompt, einen Text schreibt, wo man zum Beispiel eine Aufforderung macht, erzähl mir alles Wesentliche zur Psychologie, welche bedeutsamen Arbeiten hat es in den Anfangstagen der Psychologie gegeben. Das können Sie genauso hinschreiben, wie ich das eben gesagt habe. Dann wird GPT diesen Text nehmen, verarbeiten. Der erste Schritt ist, dass GPT diesen Text in kleine Schnipsel zerlegt. Hier sehen Sie die Textzerlegung, man nennt das dann Token, diese Schnipsel. Hier ist das farblich dargestellt. Wir sehen hier den Text, ChatGPT verarbeitet Text in Bruchstücken, die Einheiten von Zeichenfolgen bilden und Token heißen. Und in den Einfärbungen sehen Sie, das ChatGPT aus drei Token besteht Chat, das G und das PT. Verarbeitet, interessanterweise gehört auch das Leerzeichen zu dem Token, also Leer, Fair und Arbeitet ist ein anderes Token. Im Hintergrund werden diese ganzen Token in so Zahlen übersetzt. Das heißt, es gibt nicht mehr Einzelzeichen, sondern nur noch Zahlen, die sind assoziiert mit diesen kleinen Token, mit diesen wenigen Buchstaben. Und was jetzt noch wichtig ist zu wissen, wir haben also Token, die Zahlen sind und dann haben die eine Reihenfolge, diese Token. Und das ist dann durch die Position, Sie sehen das hier auch im Bild, das erste Token wäre an der Position, Informatikerin zählen immer mit 0. Das wäre Position 0, dann kommt die 38 an Position 1, die 2898 Position 2, 3, 4 und so weiter. Das also nur gerade, um sich das klar zu machen, wird zerlegt, geschnibbelt. Dann, wie wird so ein Prompt verarbeitet? Es ist überhaupt nicht so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Sie machen da so eine Eingabe und dann kommt auf einmal so ein fließender Text raus, fertig geschrieben, oder Sie können dem so ein bisschen ratternd zuschauen. Tatsächlich ist diese generative künstliche Intelligenz von Ihrer Struktur mit einer ganz einfachen Aufgabe besetzt. Sie nimmt einen Prompt entgegen. Ich habe hier mal nur geschrieben, das ist ein H. Sie sehen, das sind vier Token. Das wandert durch diese ChatGPT-Architektur und die berechnet das nächste Token. Also die sagt, was ist das zum Beispiel wahrscheinlichste nächste Token, was da kommt. Und nur das wird an dem Prompt angehängt. Dann kommt also, das ist ein H-Oost. Und das wiederum, das Ganze hier, wenn das ermittelt ist, das hier, dann wandert das wieder als Neues, als ob wir noch nie was anderes gemacht hätten, wandert das wieder hier hin, ersetzt also den bisherigen Output und es kommt wieder hier, wird durchgerechnet und dann kommt das nächste Token da dran. Dann gibt es wieder ein Token, zum Beispiel Haustier. Wenn das hier fertig ist, geht es wieder. Dann wird das hier genommen und wird wieder vervollständigt. Das rechnet also nach jedem Token, geht das komplett, dieses neuronale Netz durch und dann bekommen wir das nächste Token. Was auch noch interessant ist, es wird in ChatGPT eine sogenannte Temperatur, kommt zum Einfluss, die sagt, wie sich dieses Modell verhält, ob es sich streng deterministisch verhält oder so Abweichung zulässt. Das neuronale Netz bekommt also diese Token-Folge gerechnet durch, berechnet das nächste Token. Aber wie ich Ihnen das eben schon gesagt habe, bei einem neuronalen Netz, da kommen ja so Zahlen zurück, die sagen, das könnte zu 70 Prozent, ist das hier das nächste Token, aber zu 68 Prozent könnte es auch dieses Token sein, was als nächstes kommt. Wenn die Temperatur auf Null ist, dann wird einfach das mit der höchsten Zahl genommen. Das heißt, in dieser Form des Rechnens, wenn wir das so durchlaufen lassen, immer wieder und wieder, kommt jedes Mal, wenn wir den gleichen Prompt geben, kommt immer wieder derselbe Ergebnistext raus. Drehen wir die Temperatur ein wenig hoch, also machen wir das Ganze ein bisschen warm, dann wird es fluktuierender, dann werden zum Beispiel ein bestimmter Anteil von Tokens mit ihren Wahrscheinlichkeiten betrachtet, mit ihren Zahlen betrachtet und dann wird ausgewürfelt, abhängig zum Beispiel von der Stärke ihres Werts, welchen man nehmen möchte. Und dann wird das neuronale Netz, wenn man so möchte, etwas variantenreicher in der Ausdrucksart bis hin zu, man könnte sagen, kreativer in seiner Ausdrucksart. Was passiert jetzt in dieser Jet-GPT-Architektur? Jetzt wird es ein bisschen technisch, aber das muss man nur mal ganz kurz sich klar machen, damit man die Grundidee versteht. Wir sehen hier, dass die Token-Folge hat ein Token-Embedding, ein Position-Embedding und beides wird verrechnet auf einen sogenannten Input-Embedding. Manchmal sagt man auch kurz einfach ein Embed. Wie Sie sich das vorstellen können, wenn wir nochmal zurückgehen auf zum Beispiel dieses Bild hier. Wenn wir jetzt so ein Token haben, wir haben ja jetzt schon erfahren, dass damit eine Zahl assoziiert ist. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass wir zu einem Token einen sogenannten Vektor, das sind eigentlich nichts anderes als Zahlenfolgen, die wir da haben, also hier. Ganz, ganz viele sind das übrigens in Realität. Aber tun wir jetzt mal so, das wären hier, dann steht hier irgendeine Zahl drin. Übrigens werden das alles nur noch Kommazahlen. Das lässt sich sehr schwer hier mit einer Maus zeichnen. 0,7, was auch immer. Was darin verarbeitet wird, ist eine Art, wie soll man das mal sagen, Inhaltssemantische Ausdrucksart. Da wird ausgedrückt, welche Token sind wie in ihrem Verwendungskontext ähnlich. Welche Token bedeuten ähnliche Sachen. Nehmen Sie als Beispiel Krokodil und Alligator. Das sind zwei Begriffe, die fast austauschbar sind in einem Satz, ohne dass das, wenn man jetzt nicht ein Fachmensch ist, in der Tierkunde, ohne dass das irgendwie den Sinn groß entstellen würde. Und man würde einen Satz, der für ein Krokodil gilt, mehr oder weniger genauso auch für einen Alligator formulieren können. Das heißt, da gibt es irgendwas, diese Token liegen ganz, ganz nah. Und das ist in diesem Vektor ausgedrückt. Sie müssen sich das jetzt gar nicht vorstellen können, wie das genau im Detail funktioniert. Man muss jetzt einfach nur mal für sich hinnehmen. Aha, da ist irgendwie eine riesen Zahlenfolge. Ein sogenannter Zahlenvektor. Der drückt Ähnlichkeiten zwischen Token aus. Also dem Token, wo ich gerade bin, dem kann ich einen Token-Embed zuordnen, der seine Ähnlichkeit zu anderen Token irgendwie klärt. Das war der Teil. Und dann gibt es noch ein Position-Embedding, weil jedes Token ist ja in einem Prompt, irgendwo an einer bestimmten Position. Und das ist auch wieder so eine Zahlenkolonne, ein solcher Zahlenvektor. und der kodiert Positionen und positionale Eigenschaften. Das ist auch irgendwie ein bisschen schwer vorstellbar. Aber stellen Sie sich zum Beispiel so etwas vor, ein Token am Anfang eines Satzes hat eine andere Bedeutung als etwas am Ende, nimmt vielleicht auch andere Beziehungen positional zu etwas auf. Und dieses zu jedem Token, das Token-Embedding, was also seine Bedeutungsbezüge zu anderen Token, grundsätzlich zu allen möglichen Token, die es so gibt, und das Position-Embedding zu seiner Position wird zusammengeführt zu einem sogenannten Input-Embed. Die werden also nur miteinander verrechnet. Und wenn man das für jedes Token macht, das Token-Embed, das Position-Embed zu einem Input-Embed berechnet, dann sind das haufenweise Vektoren, die man zusammenklatscht, und dann nennt man das eine Matrix. Das ist, wer nicht mehr mit der Schulmathematik so vertraut ist, völlig wurscht, was das so genau ist, sind halt einfach diese Zahlen, Spalten zusammengepackt und dann hat man ein Rechteck, wenn man so möchte, an ganz, ganz vielen Zahlen. So kommt man also zu diesem Input-Embed als Matrix und das wird jetzt als nächstes durch einen Transformer geschickt, der, das unterstelle ich hier bei diesen ganzen Erklärungen, vorher schon trainiert wurde. Wir haben also hier unser Input-Embed, also eine riesen Zahlenkolonne. Da passierte noch so ein bisschen was und dann läuft es durch eine Reihe von Transformern. Und diese Transformer, man hat sich darauf geeinigt in der Literatur, das nennt man hier so eine Aufmerksamkeitsverarbeitung, das hat die Aufgabe, also inhaltliche Bezüge zwischen Token herzustellen, das war das, das Token-Embed, und positionale Bezüge herzustellen. Und das zu merken, aufmerksam zu sein, was inhaltlich oder positional zueinander gehört. Man kann sich noch lange damit befassen, wie so ein Transformer intern aussieht. Das ist eine interessante Technologie, was man da so alles gemacht hat, aber das war ein Schlüssel, diese Transformer, um diese Sprachmodelle zu bauen. Und das Besondere ist, dass dieses Input-Embed, was wir da haben, das läuft hier rein und wird durch einen Transformer zu verbessert, zu einem Input-Embed, der bessere, semantische und positionales Wissen auf einmal hat, über das, was da in der Token-Folge, die ich eingegeben habe, vor sich geht. Der nächste Transformer macht das nochmal, in Anführungszeichen, besser. Der übernächste auch wieder. Dann wird noch irgendwas gemacht und dann gibt es diese Output-Geschichte, dass wir das nächste Token bekommen. Also so ein Input-Embed durchläuft einen Haufen Transformer und holt aus diesem Ganzen immer mehr Wissen. Kein Mensch weiß so richtig, was in diesen Transformern exakt passiert. Man hat aber eine Ahnung, was da so auf den unteren und oberen Schichten ungefähr stattfinden muss. Also Lower Level Features und Muster werden erkannt von den ersten Transformern. die Wissen über die Syntax-Grammatik-Wort-Assoziationen haben. Also da wird Sprache gelernt oder ist aus den Trainingsdaten gelernt worden und ChatGPT weiß dann bei einem Input, wie es mit dieser Grammatik umgehen soll. Kann zum Beispiel auch selber unterscheiden, weiß darüber, habe ich jetzt Programmcode, was ja mit einer ganz anderen Aufbauregeln abläuft, als natürliche Sprache. Habe ich jetzt Spanisch gerade zum Lernen, also zum Verarbeiten oder habe ich deutsche Sprache da. Das wird alles auf den unteren Ebenen geklärt und höherwertige, also in der Verarbeitung nachstehende Transformationen, die scheinen höhere Abstraktionen, Beziehungen herzustellen. Also auf einmal wird ein Wort in seiner Satzstellung, seiner Bedeutung erfasst zu irgendeinem Wort, was zwei, drei Sätze davor oder danach kommt. Es werden semantische Bezüge hergestellt, Diskursstrukturen. Wie gesagt, keiner weiß so genau, was da exakt abgeht, aber Sie können sich vorstellen, die Sinnbedeutung und die positionale Bedeutung ist also auf vielfältige Art und Weise da abgebildet, sodass nachdem syntaktische Sachen geklärt sind, wird also am Verständnis des Textes gearbeitet, von so einem Sprachmodell, also beim Durchrechnen von dieser GPT-Architektur. Und das hat in der Tat was Magisches, dass das funktioniert und klappt. Wenn man sich anschaut, wie die verschiedenen GPT-Varianten der Firma OpenAI sich entwickelt haben, hier jeweils das Jahr der Veröffentlichung, dann das Modell mit seiner nachgestellten Versionszahl, wie viele Layer es hat. Jetzt verstehen Sie schon, was Layer sind. Das sind die Anzahl der Transformer, die übereinander liegen beim Durchrechnen und wie viele Parameter das sind. Sie haben eben, als wir das neuronale Netz durch hatten, haben wir ja Verbindungen zwischen den Neuronen und wenn Sie so wollen, diese Zahlen geben an, Parameter, wie viele Verbindungen gibt es, die wir hier im Blick haben. Und Token-Kontext, damit ist gemeint, wie lang darf denn so ein Token-Input sein? Ich kann ja viel, viel schreiben, aber was fasst das? Wie viele Token kann das berücksichtigen? Und diese Token, die ich berücksichtigen kann, die rauschen durch diese Transformer-Folge und geben mir dann das nächste Token aus, werfen sie dann aus. GPT-1 Mitte 2018 hatte zwölf Layer und 110 Millionen Parameter. Das ist schon erstaunlich viel. Millionen, das fällt uns so oder so schwer vorzustellen. Wir wissen, das ist schon mal eine ziemlich große Zahl. Das waren die ersten Gehversuche, die so ein bisschen, wie soll ich mal nett sagen, Babysprachenniveau hatten. Aber man hat festgestellt, man kommt mit diesem Ansatz offenbar in die richtige Richtung, was man tun möchte. GPT-2 ist schon deutlich leistungsfähiger und ich kann mich noch erinnern, dass es damals schon im Internet erste Sachen kursierten zu GPT-2. Hat schon 48 Layer, 1,5 Milliarden Parameter, Milliarden, das ist eine Hausnummer. Und GPT-3 beziehungsweise 3,5, da sehen Sie schon 96, also da wird unglaublich viel offenbar an der Sprache herausgeahnt, an Beziehungen, an Strukturen, die da drin stecken und 175 Milliarden Parameter. Wenn Sie das mal vergleichen, zwei Jahre zuvor, als wir GPT-1 hatten, das ist ein Faktor über 1000, den das größer geworden ist und 175 Milliarden. Wenn wir uns GPT-4 zuwenden, vor einem Jahr ungefähr, auf den zum ersten Mal erschienen, man weiß es nicht genau, wie viele Layer es sind. Hier, man findet so Angaben, dass vermutlich 120 sind und ein Hacker, George Hotz, hat das mal versucht, mit Laufzeitmessungen rauszukriegen. Man weiß auch nicht exakt, wie viele Parameter das sind, aber es müssen wohl über eine Billion sein. Also das sind 1000 Milliarden, also nochmal hier zugesehen, dass ungefähr achtfache, sind wir so ungefähr, sechsfache, nochmal mehr und eine Billion, das ist, das sprengt jedenfalls alles an meiner Vorstellungskraft. Und wenn Sie mal sehen, dass der Token-Kontext 32.768 Token haben kann, das ist schon eine Menge, wenn Sie das mal umrechnen, ungefähr ein Token hat so im Schnitt vier Buchstaben, dann kommen Sie schon auf 128.000 Buchstaben, das ist eine Menge. Also das ist richtig, richtig viel Text. Wir sprechen hier also von vielen, vielen Seiten Text. Die JetGPT ist verarbeitet und darüber mit seinen Transformern von dem allerersten Token und also, oder wenn wir mal vom Buchstaben gehen, dann bleib mal lieber beim Token. Wenn wir vom ersten Token bis zum letzten, da können über 30.000 dazwischen liegen und es ist dennoch in der Lage, Bezüge zwischen denen herzustellen. Das ist schwer beeindruckend. Was Sie hier aber auch sehen, ist, dass, was ich anfangs sagte, dass das Training einer solchen Architektur unglaublich aufwendig ist, Rechenzentren mit Spezialrechnern, dann nimmt man heutzutage Grafikkarten dazu, das durchzurechnen, das Training, es wird alles Mögliche da reingesteckt, das gesamte Wiki, PDA in allen möglichen Sprachen, Programmiersprachen sowieso, das Ding kann nämlich hervorragend programmieren. Dann gibt es natürlich Lehrbücher, alles Mögliche, Gesetzestexte, alles Mögliche ist da reingewandert und das hat 100 Millionen US-Dollar gekostet, das zu trainieren in einem Rechenzentrum. Es ist aber so, wie ich es eben sagte, es ist drastischerweise sogar so, dass Sie das Ablaufen des Modells, also um ein neues Token zu berechnen, da brauchen Sie ein bisschen leistungsfähigeren Rechner, den kann man, so manche Laptops kriegen das hin, das kann man also auf moderner Hardware, die ein Privatmensch sich leisten kann, berechnen lassen. Das geht also. Das heißt, Tokens zu berechnen, wenn da ein Netz einmal trainiert worden ist, ist gar nicht das Problem, aber ein Netz zu trainieren, ein neuronales Netz, das ist richtig, richtig aufwendig. Sam Altman, der CEO von OpenAI, von dem haben Sie bestimmt auch schon mal so am Rande mitgekriegt, hat gesagt, ja, das sind Kosten, das wird langsam zu groß. Also so ein Riesenmodell, es kann nicht die Lösung sein, die immer größer zu machen. Man sucht also inzwischen nach anderen Wegen und OpenAI scheint da auch auf irgendwelchen Wegen zu sein, ich weiß nicht welche, dass man vielleicht mit Teilnetzen arbeitet, ganze Netzarchitekturen anders zusammenstellt. Wenn Sie das mal vergleichen, das sind technische Lösungen, die man da entwickelt hat. Unser eigenes Gehirn, anderthalb Kilo, 90 Milliarden Nervenzellen, bitte nicht verwechseln, 90 Milliarden Nervenzellen, das sind weitaus mehr Verbindungen, die da eine Rolle spielen, aber Sie sehen die Parameter, das sind die Verbindungen, mit denen ChatGPT arbeitet. Das ist ja bei einer Milliarde schon ganz viel, aber bei einer Billion extrem viel. Aber da steht unser Gehirn nicht unbedingt nach, aber es ist ganz schön viel Holz, was wir da technisch realisieren, was unser biochemischer Kopf mit seinen Denk- und Verarbeitungsvorgängen recht sparsam macht, mit 20 Watt nur. Das ist nicht besonders viel Energie. Und das Überraschende ist, dass unsere Nervenzellen im Kopf recht langsam sind. Die haben eine Reaktionszeit, Verarbeitungszeit von einer Millisekunde. Wenn Sie sich mal vorstellen, im Straßenverkehr, Sie müssen bremsen, weil Sie zum Beispiel einen Ball ausweichen wollen, der auf die Straße läuft. Sie sind mit dem Auto unterwegs. Sie haben eine Reaktionszeit, wenn Sie ganz, ganz gut sind, so Formel-1-Fahrerniveau mit vielleicht 0,2, 0,3 Zehntelsekunden, also 3 Zehntelsekunden, 0,1, 0,2, 0,3 Sekunden, dann sind da mal gerade, wenn man das wieder in diese neuronalen Schichten nimmt, dann können das gerade mal 100, 200 oder 300 neuronale Schichten sein, wo eine vollständige Bilderkennung, eine Bewertung der Szenerie und auch eine Entscheidung, ich weiche aus, drin steckt, mit einer Projektion darauf, was das vielleicht für Folgen hat. Wenn ich ein entgegenkommendes Auto habe, wo ich abschätzen muss, wird da jetzt ein Kind? Wie sieht mein Bremsweg aus? Wie ist der Schaden, den ich verursache? Das sind alles Entscheidungen, die wir in diesem Moment abgerufen, mit einer Effizienz, wo ChatGPT noch weit, weit von entfernt ist. Eine Schlussfolgerung, die Stephen Wolfram hier aus dem Ganzen gezogen hat, ist, dass man vielleicht auf eine gewisse Art und Weise demütig werden muss, dass in unserer Sprache mehr schon an Wissen drinsteckt, an Vermögen oder auch an Denkvorlage, wenn man so möchte, als wir uns das vielleicht zugestehen möchten. Wir haben vielleicht Sprache viel mehr zugerechnet, als es hat. Aber was Sie mit Sicherheit hier mitnehmen aus diesem Teil ist, mit Bewusstsein hat das Ganze nichts zu tun. Das ist ein schnöder Rechenvorgang, der hier passiert. Und immer nur tokenweise, da ist also kein neuronales Netz, was irgendwelche Empfindungen von Schmerz oder sowas hat. Nein, es ist etwas, was ein Input bekommt, durchrechnet und ein nächstes Token vorhersagt. Das ist alles. Und wenn man solche Vorstellungen hat, dass das Bewusstsein hätte, es ist durchaus möglich, dass wir lernen, auch so etwas wie Bewusstseinsstrukturen, unsere Stimme im Kopf, die mitredet, viel mit uns verhandelt. Die meisten Menschen kennen diese Stimme im Kopf, die scheint ein Phänomen unseres Bewusstseins mit zu sein. Das kann man vielleicht eines Tages mit emulieren. Es gibt auch schon so erste Versuche. Aber das ist immer noch nicht dasselbe, wie unsere Art, ein Bewusstsein zu haben. Vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren klären, vielleicht auch nicht. Bisher konnte die Forschung das jedenfalls nach 20, 30 Jahren immer noch nicht verorten in unserem Gehirn, wo überhaupt das Bewusstsein steckt. Nächster Schritt. JGPT, Anwendungsbeispiel. Ich habe Ihnen hier drei Beispiele mitgebracht. Ist JGPT intelligent? Ich habe Folgendes gemacht. Wenn Sie wollen, können Sie sich diese Episode anhören. Die können Sie, wenn Sie auf den Foliensatz gehen, hier auch anwählen. Dann kommen Sie zu Herzbergs Hörsaal und können sich diese Episode anhören, wo ich darüber berichte, was Sie hier auch nachlesen können. Ich habe JGPT 3.5 mal versucht, aus dem Tritt zu bringen. Und ich habe das angefangen mit, können Sie mir bitte die Tasse Kaffee zusammen mit dem Kaffee einpacken. Also eine Anweisung, die im normalen Leben ein wenig merkwürdig wäre, wie soll man eine Kaffeetasse mit dem Kaffee einpacken und am Schluss auch noch verschicken. Was JGPT an dieser Stelle macht, es wehrt sich sofort und sagt, hier mit physischen Sachen kann ich überhaupt nichts tun. Also das kann ich nicht umsetzen. Und da müssen wir nur den kleinen Trick anwenden, wie zum Beispiel schreibt mir dazu eine Bedienungsanleitung, dann ist es sofort, ja, das kann ich machen. Sprache, das ist meine Domäne, Sprache, Bedienungseinleiter, Rollenspiele, ganze Theater-Szenarien können Sie problemlos mit JGPT aufsetzen lassen. Dann ist er bei Ihnen, weil er sagt, das Bärsch, die Sprache kann ich. Und dann kommt da sowas zurück, hier Materialien vorbereiten und die Tasse vorbereiten. Da sehen Sie zum Beispiel auch schon sowas, da wird es merkwürdig. Trinken Sie etwa die Hälfte des Kaffees, um sicherzustellen, dass die Tasse nicht überläuft. Wenn Sie sich in einem Restaurant ein Café wären und würden bitten darum, könnten Sie mir den Kaffee einpacken und dann wird Ihre Bedienung erst mal die Hälfte des Kaffees abtrinken davon. Sie wären wahrscheinlich ein wenig pikiert. Und das Ganze, wenn Sie das lesen möchten, können Sie das gerne mal tun. Hier habe ich zum Beispiel gefragt, hier, was ist denn jetzt hier, wie kann man verhindern, dass der Kaffee nach zwei Wochen Versandzeit nicht zu heiß ist? Dann merken Sie, und hier weiter eine Anfrage an JGPT, neulich ist es mir im Sommer passiert, dass der Kaffee auf minus 100 Grad eingefroren ist. Der Empfänger war verärgert. Und Sie merken an diesem Dialog, dass JGPT überhaupt nicht schnackelt, dass das gar keinen Sinn macht, dass man Kaffee nicht einfach verschicken kann und dass Kaffee, wenn man ihn verschickt hat, nicht minus 100 Grad in unserer Welt haben kann. Das funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Und diesen Bruch mit simpelsten Alltagserkenntnissen über unsere Welt, da muss man nicht mal im Ansatz Physik studiert haben, man weiß einfach, dass das kompletter Unsinn ist, ist ein erster Hinweis, dass JGPT wirklich nur in Sprache arbeitet und nicht in der Lage ist, auf Weltwissen durch Erfahrung, durch auch Vorstellungen davon, wie die Welt sich ereignet, darauf in irgendeiner Weise zugreifen kann. Also das ist schon mal so das Erste. Also JGPT intelligent, da machen wir wirklich ein großes Fragezeichen drin, obwohl die Leistungen, die JGPT vollbringen kann, sensationell sind. Aber wir müssen sie richtig einordnen. Ein anderes Beispiel, Prüfungsausschussassistenz. Ich bin an unserem Fachbereich Vorsitzender aller möglichen aller Prüfungsausschüsse und es gibt zahlreiche Anfragen, wo man sich wünschen würde, na hätten die Studierenden doch vielleicht das mal gelesen oder wäre es nicht toll, gäbe es da jemanden, der mir das abnehmen würde, so die üblichen Fragen, die man so hat, vielleicht zu beantworten. Was ich für diesen Fall hier gemacht habe, das geht jetzt mit JGPT 4, man kann ein eigenes GPT aufsetzen, dem habe ich etliche Dokumente gegeben. Das ist also möglich, dass man die hochladen kann, da sind die ganzen Prüfungsordnungen dabei gewesen, ein Auszug aus meiner Wissensdatenbank. Ich dokumentiere alles Mögliche, was ich selber gelernt habe im Rahmen dieser Ausübung des Vorsitzes über ganze prüfungsrechtlichen Vorgänge, wie das so abläuft, wie man entscheidet, warum, weshalb, wieso, wer ist wofür verantwortlich, wen muss ich kontaktieren. Also einen Teil dieser Wissensbasis habe ich JGPT zur Verfügung gestellt. Was habe ich noch? Einige Infobriefe oder Informationstexte für die Studierenden sind da auch noch hochgeladen. Dann noch teilweise Modulhandbücher, also wo drin steht die Information, das Modul XY findet im Semester einmal statt, hat folgende Lernziele und so weiter. Diese ganze Information ist da also eingepflegt. Dann habe ich ihm noch gesagt, du darfst auch im Internet nachgucken. Dann gibt es noch eine Instruktion, die also anleitet, diesen digitalen Assistenten, wie er vorgehen soll bei der Beantwortung von Anfragen. Und dann gucken wir uns mal an, was da passiert. Ich habe also jetzt einen GPT, ChatGPT, der angepasst ist zur Beratung in Prüfungsfragen. Und hier eine Frage, die habe ich natürlich selbst formuliert, aber so ähnlich kommt so etwas auch bei mir an. Ich habe eine chronische Bronchitis, die mich bei der Teilnahme an Klausuren behindert. Was muss ich tun? Und Patty, also Patty, der Prüfungsausschuss, TTY, so ein Gag unter Informatikern, egal, also Patty, um einen Nachteilsausgleich aufgrund ihrer chronischen Bronchitis bei der Teilnahme an Klausuren zu beantragen. Also er hat schon mal verstanden, chronische Bronchitis ist eine Erkrankung, eine chronische, da gibt es einen Nachteilsausgleich drauf. Und dann sollte man folgende Schritte, also einen formlosen Antrag stellen beim Prüfungsausschuss, Empfehlung des Blitzbeifügen. Und das ist etwas, das kann ChatGPT nicht so ohne weiteres Wissen. Das steht in diesen Dokumenten drin. Wir haben an der Technischen Hochschule Mittelhessen das Blitz, früher mal reines Blindenzentrum, jetzt auch noch für vieles andere zuständig wie bei chronischen Erkrankungen. Die machen die ganze Beratung mit den Studierenden und sprechen dem Prüfungsausschuss eine Empfehlung gegenüber aus. Und das ist hier verstanden worden. Dann wird der Prüfungsausschuss entscheiden und dann gibt es individuelle Anpassungen. Super. Einfach nur, das hat mich keine Viertelstunde gekostet, 20 Minuten diesen speziellen Chat-System aufzusetzen. Oder etwas anderes, ich habe den Sprachkurs Englisch für STEM 2 belegt, kann mich dafür aber für die Prüfung nicht anmelden. Habe ich dem Ding nirgendwo erzählt, wo die Problematik ist? Wenn Sie Probleme bei der Anmeldung haben, dann ist die Frage, erfüllen Sie die Voraussetzungen dafür? Da sind nämlich die Bestimmungen des Paragrafen 3 Absatz 4 der Prüfungsordnung relevant. Wow, das ist ein Wissen. Das ist bemerkenswert, dass ChatGPT auch das wieder aus den Dokumenten gezogen hat und dann sogar den Paragrafen mit dem richtigen Absatz angibt. Und er zählt dann auch so ein bisschen dazu. Das hier ist übrigens die Instruktion, die ich Patty gegeben habe. Also ich habe, das kann man bei diesen GPTs machen, man sagt auch sozusagen eine Instruktion, die sagt, wie sich dieser Chatbot verhalten soll. Er ist also ein spezialisierter GPT-Assistent, der ausschließlich Fragen zu Prüfungsangelegenheiten beantwortet und so weiter und so fort. Sie können sowas mal als Template nehmen, ich bin damit inzwischen auch nicht mehr zufrieden, ich würde es glaube ich ein bisschen anders umformulieren, aber so sehen Sie, dass Sie eigene Bots machen können, die kann man auch im Unterricht für bestimmte Thematiken an den oder auch in der Hochschule für bestimmte Vorlesungen, wo Studierende oder Schülerinnen dann Fragen stellen können. Nächstes Beispiel, ein Praxisartikel zu Java schreiben. Hier habe ich ganz normal mit ChatGPT 4, also keine Besonderheit, das können Sie also auch mit jeder anderen generativen KI die Texte beherrscht machen. Ich habe ihm hier auf Englisch erklärt, dass er mein Ghostwriter ist und dass er eine bestimmte Rolle einnehmen hat und dann beschreibe ich detailliert, dass er von mir gleich ein Outline bekommt, also er bekommt hier von mir einen Titel und ein Outline, also einen Entwurf dazu, was in diesem Artikel wie gegliedert und drinstehen soll und dann sage ich ihm auch noch, dass er das Schritt für Schritt durchgehen soll. Er soll erst den Titel schreiben, dann eine Einführung, dann soll er durch die Schritte durchgehen, die nummeriert sind und innerhalb jeden Schritt gibt es mehr Details, was dieser Schritt meint und dann soll er diese Intro schreiben, mit dem ersten Schritt, das Kapitel dazu verfassen und dann zum nächsten Schritt übergehen, dann das Kapitel schreiben und so weiter. Und dann sage ich ihm noch, und wenn du vorab brichst, manchmal ist das so bei ChatGPT, bevor der gesamte Artikel fertig ist, dann, wenn ich Continue eintippe, dann machst du bitte weiter und schreibst den Artikel fertig. Das hier ist dann mein Input, den ich gemacht habe. ChatGPT habe ich also erst das hier gegeben, dann sagt es, ja, 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 folgendes dieses Dings soll ich machen, ja, leg los, gib mir dein Zeug, dein Input. Das ist jetzt mein Input, da sehen Sie, ich habe hier den Titel hingeschrieben, eine Intro, dann Schritt 1, Schritt 2, immer mir überlegt, was da kommen soll, Schritt 3, Schritt 4 und dann wird das durchgenudelt von ChatGPT und tatsächlich geschrieben. Das war total beeindruckend, dass ich sah, dass meine Konzeptarbeit, die ich mir gemacht habe, meine Gedanken, die werden richtig schön in Sprache gesetzt, vollständige Sätze, das wird schön gegliedert, alles, Sachen werden hervorgehoben und weil es mir der erste Entwurf zu kurz war, habe ich ChatGP pro Schritt oder Kapitel gebeten, das weiter auszuführen und dann passierte etwas Wundersames, er machte sogar Zusammenflassungen und Reflexionen dazu, was hat man also in diesem ersten Schritt gelernt und was kann man daraus ziehen für sich. Das habe ich eigentlich gar nicht so intendiert, aber offenbar meine Instruktionen, der Sinn und Zweck und das hier das regelrecht irgendwie losgetreten bei ChatGPT und es ist überraschenderweise ein richtig schöner Text rausgekommen, den ich in keinster Weise überarbeiten muss, den habe ich jetzt hier nicht beigefügt, aber hier ist nur so eine Vorlage, wie man das machen kann, das heißt zum Beispiel für Lehrende an Hochschulen und Schulen genauso, so kann man möglicherweise mit einem guten gedanklichen Konzept sich die Ausformulierungsarbeit erleichtern oder sie sogar delegieren an ChatGPT. Das heißt natürlich auch für Studierende und Schülerinnen, dass sie so etwas auch tun werden und auch tun können. Wir lassen aber mal die Bewertung offen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Da gibt es verschiedene Beispiele, wo man sagen könnte, ist gut. Es gibt ja einige Studierende, die haben sprachlich einen anderen Hintergrund, haben eine andere Muttersprache, für die dann, sich deutschsprachig auszudrücken, eine Schwierigkeit darstellt. Sie könnten Konzeptgedanken in ihrer Muttersprache machen und das dann auf Deutsch ausformulieren lassen, was toll ist, was sollte dagegen sprechen. Auf der anderen Seite bekommen wir jetzt auf einmal als Lehrende vielleicht Ergebnisse, wo wir merken, das ist nicht das, wie ich eine Person im Unterricht wahrgenommen habe, auch in ihren sprachlichen Fähigkeiten, aber das ist super. Ist das jetzt die Dissonanz, die ich zum Vorwurf mache, dass ich sage, der Text ist nicht von dir, darum toleriere ich das nicht, oder ich sage, ja, inhaltlich stimmt ja alles sehr gut, das ist perfekt und dass du jetzt die Hilfe eines Werkzeugs genommen hast, ja, who cares, warum denn nicht? Das lassen wir mal offen, aber das sind Möglichkeiten, die mir ChatGPT hier eröffnet, verschiedene Arten des Umgehens mit Texten, mit Verfassen von etwas, dazu kommen wir aber gleich noch. Wenn man das zusammenfassen möchte, ist alles irgendwie obersuper cool. Jetzt bildungswissenschaftliche Betrachtung. Ich habe hier ein Bild entwickelt, was ich mal ein Theoriemodell bezeichne, was ich jetzt aber auch erklären möchte. Davon lässt sich so einiges ableiten und das ist aus Gründen, glaube ich, relevant für Menschen, die sich an Hochschulen oder Schulen damit befassen, wie man ChatGPT jetzt einsetzen kann. Dafür braucht man aber irgendwie mehr als eine technische Beschreibung von Transformern, sondern irgendwie ein Verhältnis dessen, was Mensch, sein und Bildungskontexte und Kultivierungssysteme, in denen wir uns aufhalten, wie man das fasst und in Bezug nimmt zu dem, was eben ChatGPT da so leistet. Das ist hier mein Versuch, das zu tun. Man sieht hier einmal diesen oberen Kreis in blau, wenn ich das hier so umkreise, das ist ein Mensch, also wenn man das hier auch ganz umfassend mal hier so sehen, hier oben, ein Menschenleben mit seiner individuellen Lebenswirklichkeit und hier ist dieser Lebenswirklichkeit nicht großartig philosophisch aufgeladen, sondern wir leben in einer Welt, die physischer Natur ist, ideelle Werte hat, spirituelle Werte, was auch immer, das ist unsere Lebenswirklichkeit, wir wollen es jetzt nicht über wahr oder falsch oder tiefe Philosophie da unterhalten, was denn wirkliche Wirklichkeit ist oder Realität, sondern einfach das Eingebettetsein eines Menschen, wir sind Teil davon, von dem, wo wir uns aufhalten, leben, von Natur, von Gesellschaft und so weiter. Das ist unsere individuelle Lebenswirklichkeit, wo wir Freude, Schmerz, Leid, alles erfahren können. Hier außenrum ist in Orange noch etwas, damit meine ich all das, was wir als Sprache entäußern aus unserer individuellen Lebenswirklichkeit und das, das heißt es hier so schön, das sprachlich Entäußerte im Lebensvollzug, das ist das, was wir von uns nach außen lassen, über Sprache, mündlich wie auch schriftlich, in Dasein in der Welt, das heißt also im Vollziehen, im Vollzug unseres Lebens, wo wir das tun. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel ein Tagebuch schreiben, dann entäußern wir uns über unser Leben. Wenn ich mich mit jemandem treffe, wir haben einen netten Abend zusammen und wir erzählen uns Dinge, dann sind das auch Entäußerungen sprachlicher Natur im Lebensvollzug. Wir erzählen uns etwas, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, was wir vielleicht gemeinsam planen wollen. Das ist also dieser obere Kreis hier, Bezogen auf ein Menschenleben. Der untere Kreis, der meint, dass es gesellschaftliche Funktionssysteme gibt, das ist so aus der Soziologie so ein Begriff und Gesellschaft verarbeitet auch Lebenswirklichkeit und stellt Lebenswirklichkeiten her. Also Funktionssysteme sind Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und so weiter. Man kann das aber auch noch viel kleiner machen, das kann auch eine Schule sein, das kann auch eine Klasse sein, das kann ein Hörsaal sein, in dem sich gesellschaftliches Leben alles so ereignet, wo Menschen zusammenfinden. Und auch diese gesellschaftlichen Lebenswirklichkeiten kennen sprachliche Entäußerungen. Das sprachliche Entäußerte im Gesellschaftsvollzug. Zum Beispiel macht das Funktionssystem Justiz auch sprachliche Entäußerungen, zum Beispiel in Form von Gesetzen, die aufgestellt werden. Dann wiederum von Kommentaren zu Gesetzen, dann wieder von Gerichtsentscheidungen, die gefällt wurden. Und die Sachen werden immer wieder neu von Menschen verarbeitet, in neue Interpretationen gebracht, weil es kann sich ja unmöglich jeder alles Mögliche denken oder Wissen behalten, das meine ich sorry, Wissen und behalten. Genauso wie sie auch zum Beispiel Schulbücher sind auch ein Kanon, auf den man sich geeinigt hat für eine Lebenswirklichkeit, gesellschaftliche Lebenswirklichkeit, Schule, die abbilden möchte bestimmte Funktionsbereiche unserer Gesellschaft, was sich ausdrückt durch Fächer wie Mathe, Deutsch, Physik, Politik, Kunst, was haben wir noch so alles, Erdkunde. Da wird ja durch diese Bücher auch Entäußerungen dieser verschiedenen Funktionssysteme verdichtet, zusammengebracht, dann für einen Zweck des didaktischen, pädagogischen aufbereitet und das bildet dann wieder so ein Kanon, mit dem ich weiterarbeiten kann. Da das natürlich sehr stark miteinander verhaftet ist und das sollte einem auch nochmal klar sein, was ist der Grund eigentlich dafür, dass es Sprache gibt, es ist etwas zutiefst Ursoziales, Urmenschlich-Ursoziales. Die Sprache für sich selbst genommen macht wenig Sinn. Sie hat nur eine Funktion in dem Sozialen, dass wir mit einem anderen Menschen Kontakt aufnehmen können, uns austauschen können, Sachen verhandeln können. Das alles, das hat natürlich inzwischen durch Kultur, Technologie, ganz interessante Abstraktionen und hohe Stufen erreicht, in denen sich Kulturräume Ereignen und Gesellschaft stattfindet und individuelles Leben, aber das ist alles dann in immer wieder anderen Sprachräumen und Vollzügen entäußert worden. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen die Kurve verloren, aber egal. Kurz. Jetzt erklärt sich also hier Lebenswirklichkeiten, individuell, gesellschaftlich und sprachliche Entäußerung. Wenn wir jetzt so etwas wie Chat-GPT haben, dann nehmen wir nur diesen sprachlich, diesen orangen Teil, diesen sprachlichen Teil und bringen den in ein Sprachmodell hinein. Also wir nehmen die ganzen Texte, die es da gibt von Gesprächen oder von auch schriftlichen Ausdrucksformen, die müssen natürlich digital zur Verfügung stehen und jetzt passiert auch etwas. Unser eigenes Leben, das jeder von uns lebt, ist völlig begrenzt in dem, was wir über Sprache Entäußern, was wir auch über Sprache Hören, Wahrnehmen, Verarbeiten. Das wird jetzt alles hier, das Äußere, von vielen, vielen Menschen Leben genommen. Darum nehme ich das jetzt eine Masseninkorporation digital verfügbarer Entäußerungen unzähliger Menschen, die gehen in das Sprachmodell ein. Und dann haben wir noch aus dem gesellschaftlichen Bereich, es gibt derartig viele Funktionssysteme, die jetzt mühelos alle in ChatGPT, wenn sie digital vorliegen, diese sprachlichen Entäußerungen, die kann ich jetzt auch in dieses Sprachmodell einfliegen. Und jetzt ist etwas entstanden hier, ein Sprachmodell, das eine Unmenge an sprachlicher Auseinandersetzung hat, was nicht dem entspricht, was ein einzelner Mensch durchmacht, was auch nicht dem entspricht, was bestimmte Funktionssysteme durchmachen, sondern es ist auf einmal etwas, was alle Menschen, ich übertreibe jetzt mal gerade, alle Funktionssysteme aufnimmt und sich davon ein Sprachmodell macht. Erahnen Sie, dass da etwas passiert, dass Sprache hier eine Verarbeitungsform findet, die nicht mehr das Gleiche ist, wie es ist, wenn ich mich alleine mit Sprache als sprechendes Wesen empfinde und merken Sie auch, dass da eine völlige Entkopplung stattgefunden hat, es lernt nur die Entäußerungen unserer Sprache in unseren Lebensvollzügen und entwickelt ein Sprachmodell, darum ist da auch tatsächlich die blaue Farbe nicht mehr gewählt worden von mir, was überhaupt gar keine Wirklichkeit mehr kennt. Es kennt über die Transformer-Ebenen Abstraktionen sprachlich vermittelter und vollzogener Lebenswirklichkeit, das ist hier nochmal angedeutet durch diesen etwas tiefer roten Knopf in der Mitte, wenn man so möchte, Kreis in der Mitte, der soll nur zum Ausdruck bringen, ja, es kennt eine Wirklichkeit, aber nur die über Sprache vermittelte und darüber hat es Sachen gelernt, verstanden und es ist vollzogene Lebenswirklichkeit. Es ist das Dokumentierte, was da reinwendet, ist nicht mehr das, wie ich in meinem Leben Sprache verwende. Auch das sind also ganz delikate, diffizile Unterschiede. Und hier sehen wir das sprachlich Generierte im Rechenvollzug. Wir hatten hier oben das sprachlich Entäußerte im Lebensvollzug und hier unten im Gesellschaftsvollzug und jetzt wird sprachlich generiert und im Rechenvollzug. Also ganz, ganz anders. Es ist nicht mehr Teil eines Lebensvollzugs und auch nicht eines Gesellschaftsvollzugs mehr. Und damit ergeben sich interessante Punkte, weil wir ja jetzt als Individuen mit JetGPT agieren, in seinen sprachlichen Generationen, also seinen Entäußerungen, wenn man so möchte, als Generationen, aber auch Funktionssysteme, wie zum Beispiel die Wirtschaft oder Journalisten lassen sich jetzt Artikel mehr und mehr schreiben oder langweilige, in Anführungszeichen langweilige Finanzberichte können wir jetzt uns mit Hilfe von JetGPT schreiben, mit einem Sprachmodell, was ganz anderer Natur ist, als das, was unsere Gesellschafts- und individuellen Lebensumstände geschaffen haben. Und damit habe ich einen Rahmen geschaffen, ein Theoriemodell, aus dem man, das habe ich jetzt hier nicht systematisch abgeleitet, aber aus dem man bestimmte Problemfelder ableiten kann. Ich gehe mal nur noch kurz durch ein paar durch. Hier haben wir zum Beispiel ein Problemfeld Deskilling, also der Verlust von Kompetenzen, von Fertigkeiten, dadurch, dass wir JetGPT nutzen. Wenn also JetGPT, wie eben beschrieben, mir Texte schreibt, aufgrund eines Konzeptoutlines, verliere ich vielleicht die Fähigkeit, mich selber sprachlich auszudrücken. Also ich kann nicht mehr so stilsicher selber Texte schreiben, wenn mir JetGPT fehlen würde, wie ich das früher vielleicht mal gekonnt hätte. Das soll durch dieses Bild angedeutet werden, was ist, wenn auf einmal der Schraubschlüssel weg ist, wird der dann durch irgendwas ersetzt? Wir wissen es im Augenblick nicht, was wir dabei verlieren. Wen es interessiert, da gibt es einen sehr schönen Text zu von Gabi Reinmann, der ist auch in den Quellen angegeben, wo das diskutiert wird im Hochschulkontext. Oder ein anderes Problem fällt, die Asozialität. Wenn Sie auf der rechten Seite sich an das Bild erinnern, wo JetGPT auch Abstraktionen hatte, aber in einem Sprachmodell und Sie auf der anderen Seite in Lebensvollzügen sind, dann können ganz merkwürdige Dinge passieren. Ein Beispiel, ein Student schreibt mir eine E-Mail, weil er sich unsicher ist, wie er mich ansprechen soll, weil überhaupt diese Form des E-Mail, der E-Mail-Konversation der jüngeren Generation nicht mehr ganz so vertraut ist, wie den älteren, wird also vielleicht JetGPT gebeten, du schreib mir mal an meinen Prof eine E-Mail, es geht um Folgendes. Und dann wird JetGPT eine wunderschöne E-Mail schreiben, ich kriege die und entweder bemerke ich es oder ich bemerke es nicht. Vielleicht merke ich, das ist aber merkwürdig formuliert, könnte von JetGPT geschrieben worden sein. Oder, ich bemerke es gar nicht, in beiden Fällen ist es so, dass ich mir, weil ich ja nicht einen Studenten sagen kann, das haben sie doch nie im Leben selber geschrieben, ich werde darauf antworten und wenn die künstliche Intelligenz eine nette Ansprache gemacht hat und sich vielleicht irgendwie um Beziehungsbildung zu mir gekümmert hat und ich reagiere darauf, der Student hat das eigentlich gar nicht zur Kenntnis genommen, er ist nur froh, dass sein Anliegen schön verpackt wurde und wenn ich ihm antworte, interessiert ihm nur auch die Antwort, ja das geht oder das geht nicht zum Beispiel und reagiert auch gar nicht auf den sozialen Bezug, den er aufgebaut hat durch seine E-Mail, die er sich hat aber schreiben lassen, dann erodiert unsere soziale Beziehung. Ich habe darauf reagiert, auf dieses soziale Miteinander, der Student hat in seinem funktional zweckorientierten Denken, das gar nicht im Blick gehabt und es bröselt ein kleines bisschen an unserem Vertrauen und an unserem Miteinander. Wenn wir uns dann wieder begegnen, dann habe ich einen anderen Bezug zu dem Studierenden, als ich glaubte, er auch zu mir hat und so wird unsere, unser soziales Miteinander erfährt Störungen in einer Art und Weise, die merkwürdig ist, was wir auch vorher so nicht hatten, weil das vorher nicht möglich war, dass einfach eine Maschine uns eben so schnell eine schöne, schicke E-Mail geschrieben hat. Und ich glaube, dass wir das in ganz, ganz vielen Fällen erleben, auch das Beispiel, mir wird eine Hausarbeit angetragen, wo es heißt, hier lesen Sie sich mal die durch und möglicherweise lese ich hier etwas durch, was eine künstliche Intelligenz wie JGPT geschrieben hat, was der Student sich selber, die Studentin selber, Schüler, Schülerin selber nicht durchgelesen hat oder sich gar nicht darum gekümmert hat, dass bestimmte Brüche da drin sind, dass es nicht so perfekt ist, wie es den Anschein hatte und ich mich daran abarbeite und ich arbeite mich eigentlich an einer KI ab, ich gebe auch Rückmeldung zu einem KI-Text, den aber die Studierende, Studenten, Schüler, Schülerin gar nicht als Kritik zu einer Verbesserung aufnehmen kann, weil er sie diesen Text ja nie verfasst hat. Also das sind Problemfelder, die auch hier anliegen, wo zu befürchten ist, dass das Soziale anfängt zu erodieren, jedenfalls massiv gestört wird. Ein anderes Problemfeld, die Datafizierung. Rechts sieht man da Token und links sieht man das Reale, den Baum. An Bäumen kann man hochklettern, da kann man sich ein Knie aufratschen, da kann man runterfallen, da wird man vielleicht gepiekst, da kommt man an die Kirschen nicht dran oder man vermatscht sich und danach hat man die Kleidung voller Kirschen, die an einem gedrückt sind. Man riecht den Baum, all das, wenn es datafiziert ist, geht zu ganz, ganz vielen Anteilen verloren und vieles von dem, was nicht sprachlich erfassbar ist und was wir auch in Sprache in aller Regel nicht umsetzen, ist schon gar nicht mehr in den Daten vorhanden. Darum vom Wert in der Welt zu sein. Das war auch in diesem Bild mit diesen Blasen. Dieses, was uns in Lebensvollzüge stecken lässt und erleben lässt, was uns sein lässt, das existiert in dem Datum gar nicht mehr. Es muss ja veräußerbar sein, entäußerbar sein und aufgenommen werden in eine Zahl umgesetzt, da kann man wunderbare Sachen mitmachen, dann kann man Bezüge in Welt herstellen, was ja ChatGPT offensichtlich auch so leistungsfähig macht und so gut kann, aber ChatGPT weiß nichts über einen Baum. Es hat gar keinen lebensweltlichen Bezug zu diesem Baum. Natürlich können Sie jetzt wieder kommen mit dem Argument, ja, ich kann das ja erzählen, wie ich das im Baum geklettert bin, richtig, dann weiß ChatGPT wieder nur etwas Sprachliches über Ihre Interaktion, Ihren Klettervorgang, Ihren Mögen eines Baums, Ihres Aufhaltens in Natur, aber die ganzen Empfindungen, die wir in dem Moment haben, können wir unmöglich alle in Sprache fassen. Das Riechen eines Baums, ich wüsste gar nicht, wie man dieses beschreiben soll, es ist ein Sinnesorgan, für das wir keine Worte haben, dass das Fühlen, das Wohlfühlen sich vielleicht oder diesen Thrill, diesen Kick, den man hat, wenn man da in diesen Baum reinsteigt und es wird ein bisschen hakelig, es ist auch gar nicht ungefährlich, ist so sensationsreich, was Worte nicht mal ansatzweise wiedergeben könnten oder sich vollständig datifizieren ließe. Es gibt also einen Wert, in der Welt zu sein, den ChatGPT beim besten Willen nicht erfasst. Problemfeld Verständnisverlust. Wir studieren, lernen, da ist das links, das Gehirn dafür und wir setzen uns mit Büchern auseinander, zum Beispiel um Mathematik, Physik zu lernen oder Erdkunde oder Biologie oder Kunst oder das Tanzen. Die Musik, das ist alles eine Auseinandersetzung mit Welt, die manchmal einfach Interessengeleitet ist, Spaß macht, die aber lernen muss, dass es Regeln gibt, dass es Mechanismen gibt, dass es Kompositionseigenschaften gibt, Regeln, Harmonien, dass es Formeln gibt, formale Systeme, mit denen man etwas beschreiben kann. Das ist also ein Durchdringen von Materie, die manchmal eben auch völlig zweckfrei ist, die einfach um ihrer Selbstwillen passiert. Und wenn ich mich mit einer KI beschäftige, die ist per se schon zweckorientiert, die KI wurde trainiert auf etwas, das Sprache in einer Art und Weise erzeugt, dass wir es für sinnhaft halten und nicht für falsch, die uns für bestimmte Bedürfnisse richtige Texte schreiben kann. Wir haben aber in diesem Sprachmodell keine Logik von, nehmen wir mal, von den Naturwissenschaften. bestenfalls die, die mal beschrieben wurden, aber das formale Umgehen, das Verstehen dieser Sachen, das können wir diesem Teil einfach nicht zurechnen. Oder dass wir da eigentlich nur Puzzlestücke reinwerfen und die werden irgendwie zusammengesetzt, ist was anderes aus Korrelaten, statistischer Korrelate, die zwar sinnhaft wirken, aber nicht dem gleich kommen können, was ein gründliches Studium von Prinzipien, von Regeln, Heuristiken, Formalismen und so uns alles bringen kann. Problemfeld Entgeisterung, was ich damit meine, das ist dieser Punkt, dass wir alle in Lebensbezügen sind, dass wir geboren werden, dass wir in dieser Welt sind, religiöses, spirituelles, ideelles, was auch immer. Es ist jedenfalls irgendeine Art von Bewertung, Dasein, ein Fühlen im Leben zu sein und eines Tages zu sterben. das ist von einer Geistigkeit durchdrungen, Körper und dazu ein Geist, Geist, nicht geisterhaft, aber ein Geist zu haben, der irgendwas umfasst, was auch unser Bewusstsein mit einschließt oder dazu kommt, wie auch immer. Und auf der rechten Seite haben wir nur noch Eingabegeräte und Ausgabegeräte wie ein Bildschirm und dahinter Rechenprozesse. Das sind wirklich geistlose Prozesse. Und wenn Sie Geist irgendwas hätten, dann ist es ein simuliert berechneter Geist. Noch ein letztes Problemfeld, Wertverschiebung. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Wir alle werden, weil wir Menschen sind in diesen Lebens- und Gesellschaftsvollzügen, wir lernen Werte des sozialen Miteinanders, wir kennen Rechtssysteme, wir honorieren bestimmte Leistungen, wir ächten andere. Und was ist mit ChatGPT? Naja, das ist von einer Firma hergestellt, genauso wie es auch andere Firmen, andere Modelle machen. Die haben 100 Millionen Dollar da reingesteckt, um es zu trainieren. Was wollen die raus haben? Die wollen auch Geld. Das ist eine Zweck Orientierung, wofür diese Sprachmodelle genutzt werden können. Die sind nicht dafür gedacht, schöngeistige Dinge zu tun. Die sind auch nicht unbedingt dafür gedacht, uns zu erziehen. Sie sind auch vielleicht gar nicht dafür gedacht, Bildung zu ermöglichen. Sie sind Sprachmodelle, die sich rechnen müssen, im Sinne von wirtschaftlich sein müssen. Und jetzt mal generell von diesen ganzen Themen, Datenschutz, Recht, Moral, Ethik, Anstatt Gesetz, Erziehung, Bildung, das sind alles Sachen, die JGPT begrifflich zwar kennt, aber sie nicht kennt aus ihrem Leben, das wir haben. So, was haben wir daraus alles für Erkenntnisse gesammelt? Wenn man das jetzt mal alles weiterdenkt, was ich bisher so gesagt habe, zu diesem Bild mit den drei Kreisen und seinen Zusammenhängen, diesen Problemfeldern, dann werden Sie jetzt verstehen, dass JGPT definitiv keine Suchmaschine ist. In den Sprachstrukturen hat es unglaublich viel gesehen und kennengelernt und kann deswegen auch Wissen generieren in richtigen Zuordnungen, aber es ist nicht das Gelbe wie eine Suchmaschine. JGPT kann aber auch nicht originär begründen, es kennt aber, das ist wichtig, das auch für sich klar zu haben, Begründungsstrukturen, die in Sprache vorkommen, aber es kann nicht begründen über physikalische Zusammenhänge, wenn es dazu keine sprachlichen Begründungsstrukturen kennengelernt hat. Es kann nicht Formalismen so bearbeiten, es hat auch keine Intuition über die Wirklichkeit, wie wir sie haben, weil wir in Kontakt damit sind oder weil wir so sehr in ein Thema eingetaucht hat, dass das auch zu unserer Lebenswirklichkeit geworden ist, wo wir ein Gefühl über Wirklichkeits Zusammenhänge in diesem Fachbereich haben. JGPT kennt die Welt nur vom Hören Sagen. Es ist nicht in der Welt. Sprachmelodie, Betonung, Stimmlichkeit ist dem Ding komplett unbekannt. JGPT kann Sprache aus anderen Gründen. Ich hoffe, das ist auch klar geworden. Wir Menschen sprechen Sprache, weil es eine soziale Funktion hat. Da liegen die Ursprünge von Sprache. JGPT ist einfach trainiert worden aus diesen ganzen Entäußerungen und kann Sprache eben aus anderen Gründen. Es sollen zu kommerzialisierten Generationen von Sprache funktionieren. Und das ist auch der Grund von JGPT gelegentlich halluziniert, weil wenn sie es sprachlich aus dem Tritt bringen, dann kommt Unsinn raus. Wir haben das vorhin besprochen an der Kaffeetasse. Die ist so ein Beispiel dafür, dass JGPT aus dem Tritt kommt, es halluziniert, es erfindet Sachen, die in unserer realen Welt überhaupt keinen Sinn machen. Die Stärken, JGPT oder generative Intelligenz mit sich bringt, sind das unglaublich Starkes in sprachlich und narrativen Logiken. Klar, das ist das, was es gelernt hat und weil unsere Sprache durch und durch immer sozial ist, versteht es auch das Soziale in Sprache. Es hat also ein Gefühl über unsere Sozialität, die in Sprache drinsteckt. Das heißt nicht, dass JGPT sozial ist, aber es ist in der Lage, sozial zu antworten, sogar sehr empathisch zu sein, sehr empfindsam zu sein in bestimmten Kontexten, wenn man ihm sagt, das zu tun, übertrifft menschliches Sprachwissen bei Weitem. Niemand von uns kann Sprache in diesem Umfang. Unsere Leben sind zu kurz, unsere Aufnahmefähigkeit zu gering, als dass wir dieses Sprachwissen jemals irgendwie in irgendeiner Form dem gleich kommen würden. Es hat eben so ziemlich alles schon einmal gehört, was Menschen so gesprochen, gesagt haben und es kennt zahllose sprachliche Muster und Frames. Also Muster in der Sprache. Frames meine ich damit, dass unsere individuellen und auch gesellschaftlichen Funktionssysteme bestimmte Wörter haben, in manchen Disziplinen würde man auch sagen Fachtermini, die markieren und manchmal sind es ja auch bestimmte Zusammenstellungen von Begriffen, die markieren bestimmte Gebiete, Bereiche. Das kann politischer Bereich sein oder es kann der Funktionsbereich sein. Wenn ich zum Beispiel so etwas Sprache im Vollzug, was wir ganz am Anfang hatten, dann ist man sofort in so einer bildungswissenschaftlichen Ecke, wenn man so einen Begriff hört, aber mit Sicherheit nicht in einer Ingenieursecke. Das heißt, man tritt mit bestimmten Begriffen bestimmte Rahmungen los, in denen sich dann auch die Generation von Sprache bewegt. Und all das hat auch zur Folge, dass wir bestimmte Anforderungen an Nutzerinnen stellen müssen. Weil es nämlich entscheidend ist, Frames in ChatGPT, was ja so unglaublich viel aus allen Funktionssystemen, aus diesen vielen, vielen Menschen leben, müssen wir zum Teil ja anstoßen, in welchem Frame wir es haben möchten, damit wir diesen aktivieren und auffinden. Und das bedeutet, dass man sprachliche Ausdrucksfähigkeit braucht, dass man Grundwissen braucht, auch thematisches Wissen, damit man die richtigen Wörter dafür kennt. Also nicht nur Allgemeinbildung, sondern auch Fachwissen. Das heißt, für Schule und Hochschule, wir müssen jungen Menschen, die dann auch mit ChatGPT arbeiten, Sprache beibringen und auch vieles muss man einfach wissen, muss man selber wissen. Und wenn ich mal meine eigene Informatik nehme, meine Studierenden sagen mir manchmal, wenn ich ein bisschen klage darüber, dass etwas nicht so schön ausgedrückt ist, Herr Herzberg, darum studiere ich doch Informatik, sonst hätte ich ja Deutsch studieren können. Das ist aber genau der Punkt an der Stelle, dass die sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten, wenn sie nicht ausreichend entwickelt sind, ihnen auch gar nicht erlauben, im Dialog mit ChatGPT irgendwo hinzukommen, um etwas zu aktivieren, was vielleicht interessant ist, aus ChatGPT rauszubekommen. Dann das große Thema der Qualitätssicherung, also dass ich bewerten kann, was mit ChatGPT da antwortet. Das heißt, wir brauchen eine hohe Sozial- und Wirklichkeitskompetenz, darunter auch gesunden Menschenverstand und auch etwas, was Allgemeinverstand, Intuition sein könnte, kombiniert mit einer soliden Recherche, dass ich Wissen überprüfen kann, nachvollziehen kann, dass ich eine gewisse Plausibilität habe dafür, dass das, was mir ChatGPT da geantwortet hat, auch zutrifft. Nichts, was man so von sich aus als Mensch mitbringt. Dazu muss man auch ausgebildet werden. Nehmen wir mal als Analogie den Taschenrechner. Wenn ich den Taschenrechner in der Hand habe, dann sehe ich da in Tasten, Ziffern und merkwürdige Symbole, wenn ich kein Verständnis vom Rechnen habe, wenn ich nicht nur der, so ganz mechanisch, gibt man mir eine Tipp-Aufgabe, dass ich das dann abtippen kann und dann kommt ein Ergebnis raus, sondern wenn ich mit dem Taschenrechner arbeiten möchte als Werkzeug, dann muss ich ein Grundverständnis davon haben, was ist Sinus, was ist Cosinus, was ist ein Logarithmus, was ist die Exponentialfunktion, was sind komplexe Zahlen zum Beispiel, damit ich sie überhaupt für Rechnungen nutzen kann, damit ich auch überhaupt über Rechnungen irgendetwas ausdrücken kann, wozu ich dann ein Ergebnis ausrechnen kann. So ähnlich ist das im Umgang mit ChatGPT. Die große Frage ist also die, wofür ist ChatGPT ein Werkzeug? Und das kann ich Ihnen nicht beantworten, das müssen Sie herausfinden. Ich habe Ihnen jetzt nur so Rahmenbedingungen genannt, aber ich komme trotzdem noch auf ein paar Punkte dazu. Gehen wir jetzt mal, weil es ja ein Vortrag an der Alice-Schule in Gießen war, auf ein paar schulische Aspekte. Das gilt aber durchaus auch für andere Zielgruppen. Augen zu hilft nicht mehr, ChatGPT und Co. gehen nicht weg, die Schülerin nutzen es und wann immer sie ein Kind nicht sehen kommt KI ins Spiel. Will also sagen, wenn ein Schüler, Schülerin, in der Hochschule ist es nicht anders, Student, Studentin, zu Hause ist und hat eine Bearbeitungsaufgabe, die abgegeben werden muss und ist dann Voraussetzung, zum Beispiel zur Teilnahme an irgendetwas, an der Klausur für die nächste Prüfung, ja, warum sollte da nicht KI ins Spiel kommen? Es wird KI genutzt werden, da muss man sich nichts vormachen. Es erzeugt in Schule wie in Studien Ungleichheit, dass ein Elternteil, da fehlt ein Buchstabe, oder eine Schülerin, sich die Bezahlversion leisten kann. Es ist wirklich ein deutlicher Unterschied, wenn man das bei ChatGPT sieht, ob man die 3-5er-Version oder die 4er nimmt, man merkt einen drastischen Unterschied. Das ist nochmal ein anderes Leistungslevel, das heißt, wer mehr Geld hat, kann sich auch qualitativ bessere Texte leisten. Die Ungerechtigkeit besteht darin, dass wir jetzt Prüfungsleistungen nicht mehr nach Hause verlagern dürfen, dort, wo es im Uneinsehbaren passiert und dann wird etwas abgeliefert und dann kriegt man dafür eine tolle Note, ohne dass man das getan hat, was vielleicht erwartet wird oder was die Erhoffnung ist mit einer Prüfungsleistung, dass bestimmte Lernprozesse angeregt wurden, dass man sich hat hingesetzt, damit auseinander gesetzt, das kann als Ungerechtigkeit jetzt herauskommen aus diesem System, auch etwas, was individuell bestimmt so wahrgenommen wird, ich lerne die ganze Zeit, meine Mitstudierenden, Mitschülerinnen, die tun gar nichts, machen das mit ChatGPT, geben das ab und kriegen die gleiche Note. Kann das das sein? Das ist auch eine Form von Ungerechtigkeit, die der Leistungsangemessenheit nicht gerecht wird. Es wird also so sein, dass sich die Lehrerinrolle und der Unterricht ändern wird, wie genau das, wie ich anfangs sagte, wird überall diskutiert, wird ganz viel zugeschnattert und überlegt und gemacht und ausprobiert, was auch gut ist. Aber wir wissen noch nicht, wohin das geht und wo Lösungen wirklich sind. Ich glaube nur, dass die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz hilft, den Wert von Schule, Hochschule und Bildung neu zu entdecken, genau in den Bezügen, die ich da beschrieben habe, in dem Bild, dass wir Lebenswirklichkeiten haben und wir dürfen nicht vergessen, dass die immer noch existieren. ein Ingenieur, eine Ingenieurin, die vergisst und nicht mehr weiß, dass hinter dem, was ich da tue, Naturgesetze sind, dass deswegen auch die Welt schieflaufen kann, die ich sonst nur in meinen Simulationen oder in KI-Auseinandersetzungen mache, die hat was verpasst, nicht verstanden, die hat Welt, die hat Realitätsverlust, wenn man das so will. Auf der anderen Seite erlaubt mir KI, Lösungen zu finden, zu erarbeiten, die sensationell anders sind, die bisherige Lösungen komplett ausstechen, die menschliche Konstruktionsleistung, Kreativität, manchmal um Längen schlagen, das ist auch möglich geworden. Ist KI ein guter Lehrer? Hier ein Zitat von Esther Dyson, was sie auch an anderer Stelle zu diesem Text, wo ich das Zitat her habe, gesagt hat im Sinne von Na, wir müssen ja nicht nur KIs trainieren, vergesst nicht, wir müssen eigentlich Kinder jetzt in Anführungszeichen trainieren, also Kinder haben etwas ganz, ganz anderes, über die müssen wir uns kümmern und jetzt nicht die ganze Zeit, dass Menschen lernen, mit einer KI zu arbeiten, die nur auf dieser Versprachlichung und gar keine Wirklichkeitsbezüge mehr hat, sondern nur die Vermittelten über Sprache und da schreibt sie ja hier auch, dass Menschen menschliche Trainer brauchen, Kinder müssen ihre eigenen und die Motivation anderer verstehen lernen, also das ist etwas zutiefst wieder Soziales, was Esther Dyson hier ausdrückt, was eine Maschine uns nicht bieten kann. Worum es uns gehen sollte, das ist, um nur das mal als Kontrastpunkt zu setzen zu ChatGPT, es geht um Wissen können, Bildung, Spiele, Spaß, Spannung, Miteinander, Integration, Inklusion, Geist, Körper, Seele, Du und ich, Mensch, Gewürm, Natur, Wetter und Klima, Politik, Kultur, Gesellschaft und noch vieles, vieles, vieles mehr. Das macht unser Menschsein aus, das ist auch ein großer Teil, warum wir uns bilden, weil wir wollen ermächtigt werden, zu einem Leben für uns selbst aber auch für die Gesellschaft und die besteht aus so, so vielen Dingen. Das heißt unter anderem, bezogen auf Schule und Hochschule kann man das, dass wir die Wirklichkeit wieder entdecken müssen. Es gibt ein schönes Buch von Crawford, das heißt genau unter diesem Titel, wir müssen auch die Performativität wieder entdecken, dass wir also uns Menschen beobachten und miteinander sind, wenn wir etwas ausführen und tun, dann auch erst kann ich in heutigen Zeiten noch sicher sein, wenn jemand zum Beispiel eine Aufgabe löst und ich kann diesen Problemlöseprozess sehen, mit anschauen, dann weiß sich, dass sich das da etwas passiert, wenn jemand dann zu Hause das macht und einfach JGPT, dann ist es nicht mehr so. Bitte nicht daraus missverstehen, dass man nicht zu Hause mit JGPT arbeiten können soll und darf. Wir sind, wenn es hier um Performativität, darum geht, um ein Verhältnis, was man entweder zu sich selber sucht, dass man sich befähigt, Dinge auch selber zu können, das ist ein Selbstverhältnis, aber auch ein anderes nach außen, dass in einem Bewertungsverhältnis andere sehen können, dass ich das kann. Also das sind diese zwei Seiten da dran. Die Notwendigkeit der Anwesenheit, das ist gekoppelt mit der Performativität, hat aber ganz entscheidend mit dem sozialen Aspekt zu tun. Wir können uns nicht immer mehr aus sozialer Beziehung rausnehmen, weil das ist der Grund unseres Miteinanderseins in dieser Welt. Und da passiert ja noch viel, viel mehr, was hier nur kurz gelistet ist, dass wir in einem Miteinander was beobachten, uns darüber austauschen, dass wir mal was anfassen, dass wir es begreifen, verstehen, damit spielen. Das ist eine Qualität, die findet nicht mit ChatGPT statt. Und generell möchte ich alle vor allen Dingen Lehrende auffordern, eine experimentelle Haltung einzunehmen und generative KI mit einem forschenden Bildungsansatz zu kombinieren. Also jeder Lehrer, Lehrerin ist irgendwie auch, genauso wie jeder Hochschullehrer und Hochschullehrerin, wenn ich Menschen ausbilde, dass ich dann in diesen Bezügen auch immer forschend bin. Dass ich mir auch selber zumute, rauszufinden, wie kann das hier besser gehen und was wollen wir an Zukunft hier gestalten. Lernen mit generativer KI bedeutet, dass die Sprache ein wichtiges Ausdrucksmittel ist. Sie sehen, hier habe ich Power to the Deutsch und Sprachenlehrerin. Dass man Wissen können und Erfahrung haben muss. Dass man deswegen junge Menschen mit Grundwissen können und Erfahrungen auch ausstatten muss, damit man überhaupt in den Dialog gehen kann. Das habe ich vorhin alles schon so erwähnt. Dass wir auch lernen, mit so einer KI Formulare, Formulare ist nicht richtig, Templates, Vorlagen zu machen, wie kann man mit ChatGPT sich unterhalten. Wenn Sie zurückgehen auf meine Anwendungsbeispiele, dann sehen Sie auch, das sind Anregungen, wie man etwas machen kann. Damit müssen wir auch lernen, uns mitzuteilen darüber, wie wir mit ChatGPT umgehen und was das dann für uns leistet. Entscheidend bleibt aber, dass wir Gestalter innen bleiben und uns nicht von so einer KI einfach nur noch in die Feder oder in die Konversationen diktieren zu lassen oder in das Ergebnis zum Beispiel einer wissenschaftlichen Arbeit reinschreiben zu lassen, was gesagt werden soll, statt was wir sagen möchten. Das Entscheidende ist, glaube ich, in Zeiten von ChatGPT, wir müssen Form finden, dass die Sachen noch durch unser eigenes Gehirn laufen. Und das ist nur jetzt mal die sehr intellektuelle Seite davon. Es ist ja auch in der Auseinandersetzung mit Realität so, dass wir uns nicht nur durchs eigene Gehirn laufen, die Dinge, sondern auch mit unseren eigenen Körpern, wie die Dinge erfahren, die da sind in der Welt. Man kann Lehr- und Lernideen sammeln. Hier ein Beispiel, was ich noch die Tage von Alice Watanabe bekommen habe. Sokratisches Fragen, einmal anders, denn man lädt einen Text in ChatGPT hoch und gibt Schülerinnen den Text. Die nehmen jetzt die Rolle von Sokrates ein und machen sokratisches Fragen stellen, machen das jetzt an ChatGPT, also die Schüler haben den Text, GPT hat den Text bekommen und jetzt kann man gucken, was kann man jetzt herauskitzeln. Das kann man ja nur sinnvoll machen, wenn man jetzt auch den Text gut kennt, auch in der Bewertung. Das kann man dazu nennen, nehmen Reflexionen über den Dialog mit ChatGPT, die Grenzen und Möglichkeiten von generativer KI erfahren und diskutieren zu lassen und wenn sie fies sein wollen, können sie auch mal folgendes machen. Sie geben den Schülerinnen Text XY und laden den ChatGPT entweder einen völlig anderen Text oder nur einen Verwandten Text ein, der zum Beispiel eine andere Haltung oder Argumentation einnimmt und lassen das dann auch mal von den Schülerinnen herausfinden, was auch voraussetzt, dass ich selber mich mit dem Text befasst habe, sonst werde ich das nicht bemerken. Das war es, was ich Ihnen jetzt so alles erzählen wollte zu dem Thema. Vielen Dank für diese, war jetzt eine lange Session, sich das Ganze anzuhören und anzuschauen. Die Folien, wie gesagt, sind frei verfügbar. Das verlinke ich Ihnen unten auch nochmal. Das ist unter einer Creative Commons Lizenz, sodass Sie das Material auch durchaus weitergeben dürfen. Ansonsten bleibt mir nur, Sie dazu aufzufordern, seien Sie neugierig im Umgang mit solchen künstlichen Intelligenzen, experimentieren Sie viel damit und versuchen Sie etwas Neues herauszufinden, konstruktiv, was das für Sie, Ihre Lehre, für den Unterricht bedeuten könnte und experimentieren Sie damit in jeder Hinsicht. Aber, und das wollte ich mit diesem Vortrag eigentlich dann auch erreichen, bitte immer mit der Rück- oder mit der Selbstvergewisserung, das ist nur ein Teil. So toll ChatGPT Leistung erbringen kann, so toll es ist, wir müssen mehr, wir müssen absolut mehr erreichen als nur, dass unsere Generationen mit KIs Schriftprobleme lösen können, es gibt noch wesentlich, wesentlich wichtigere und andere Probleme, die auch individuell sehr schön sind, also die Auseinandersetzung mit sich, mit der Welt, im Miteinander, im Sport, in der Kunst, in der Kultur, sind großartige Sachen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.